Fortschritts-Update zu Fuss und mit dem Auto. Wir machen wieder einmal ein Fortschritts-Update, wie ich versprochen habe. Heute sind wir mit dem Auto an Fuss vom Engelberg zu Leike gefahren. Wir laufen hier in den Wald. Es ist eine wunderschöne Ecke. Da hat man noch etwas Aussicht und auf der anderen Seite einfach Wald. Für mich gehört das zu den schönsten Plätzchen bei uns. Wenn man hier ein wenig runterläuft und mit dem Bächchen entlang kommt. Dann kommt man noch zum Müllentäli. Das ist ein kleines Tierdörf mit Wäschbären, Geissen und Reh, Hirsche. Wunderschöne Sachen. Bis dort runter gehen wir aber heute nicht. Wir sind jetzt in die andere Richtung, Richtung Engelberg. Das ist auch ganz schön. Am Atmen angehört man. Ich bin nicht mehr so trainiert wie auch schon. Es geht ein wenig hoch auf. Dann haben wir hier ein Bänkli. Schön im Wald. Hier essen wir jetzt unsere Servalat. Der Hund will natürlich auch ein wenig. Der Hund braucht natürlich ein wenig Verstärkung. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Ich wünsche ihm auch noch einen schönen. Was haben wir heute? Donnerstag? Ja. Donnerstag ja. Ja. Ja.